Ja, Tommy, sag mal, wie kann man eigentlich schnell große Muskeln bekommen? Ja, schnell große Muskeln zu bekommen ist gar nicht mal so leicht. Ein mit Muskeln bepackter Körper ist heutzutage ein wichtiges Statussymbol bei Jugendlichen, aber auch bei älteren Männern in der Midlife-Crisis geworden. Während letztere früher versuchten, ihre kleinen Geschlechtsorgane mit teuren Autos und fetten Uhren zu kompensieren, macht man dieses Defizit heute durch große Muskelpakete wett. Doch wie bekommt man diese? Natürlich könnte man den harten Weg gehen und Tag für Tag seinen fetten Arsch ins Fitnessstudio schleifen, dort beim Training an seine Leistungsgrenze gehen, sich in seiner Freizeit richtig und gesund ernähren und somit über einen längeren Zeitraum hinweg zu seiner Wunschfigur gelangen. Aber sind wir mal ehrlich... Doch wie können wir unsere Muskeln auch ohne Training schneller aufpumpen? Durch verbotene Substanzen wie anabolische Steroide? Nein, denn im Gegenteil, zum allgemeinen Glauben reicht es nicht einfach nur aus, sich Anabolika zu verabreichen, um ein starkes Anwachsen der Muskeln zu erreichen. Ein hartes, diszipliniertes Training steht auch hier im Vordergrund. Der einzige Vorteil von Anabolika ist, dass man viel schneller größere Erfolge sieht. Außerdem hat man durch den Einsatz von Steroiden viel mehr Zeit zu trainieren, da dein Schwanz nach einiger Zeit nichts mehr wert ist und deine Freundin dich über kurz oder lang für einen halb so breiten Typen verlassen wird, der sie zwar nicht auf Händen tragen, aber wenigstens ordentlich im Bett befriedigen kann. Klingt irgendwie nicht so geil, oder? Richtig. Aber wie bekommen wir denn jetzt große Muskeln ohne Anabolika zu nehmen oder hart trainieren zu müssen? Das Zauberwort lautet Syntol. Syntol ist ein Gemisch verschiedener Öle, welches direkt in den Muskel oder in die Haut über einem Muskel gespritzt wird. Dieses Öl wird dann im Muskel eingelagert und führt so zu einer optischen Verdickung. Geil, oder? Endlich kannst du auch mal wie Popeye aussehen und kriegst jede Olivia dieser Welt ab, ohne dein halbes Leben im Fitnessstudio verschwenden zu müssen. Und das Beste, ihr könnt euren Penis noch benutzen. Und den werdet ihr auch brauchen, denn ich kenne kein Mädel, was beim Anblick dieser Männer hier nicht direkt untenrum auslaufen würde. Natürlich gibt es auch bei der Nutzung von Syntol ein paar kleine Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Absterben des Gewebes, Blutvergiftungen, Embolien, Herzinfarkte, Gehirnschädigungen oder der Fakt, dass ihr plötzlich so ausseht, als hättet ihr haufenweise Basketbälle durch eure Rosette gequetscht, um sie über die nächste Grenze zu schmuggeln. Aber sind wir mal ehrlich, was macht man nicht alles für große Muskeln ohne möglichst großen Aufwand, oder? YOLO AERS AERS Untertitelung des ZDF, 2020